Theoretisch. Wenn du zum Michelottenplatz läufst, da ist es etwa da hinten, da gibt es halt Vietnamesen, Pizza, das ist alles eigentlich. Ein Dönerladen, wo, keine Ahnung, immer ganz viele Promis hingehen scheinbar. Und in die Richtung, beim Klausenerplatz, gibt es einen Sickenburgerladen und Köfte. Also sucht euch was aus. Ich bin mir ganz kurz recht. Sagt Luca oder mir oder wem auf Facebook Bescheid, wenn es ein bisschen länger dauert. Also wenn ihr um halb nicht da seid, schreibt einfach. Wer ist das hier? Das ist Gottmilk. Was? Gottmilk. Gott? Nein, nicht Gottmilk, sondern Gottmilk. Achso. Lagezeichen. Sie sehen auf jeden Fall aus wie ein Zeichen, ein Trax und Blur, ein Kindgarten. Das ist die Commentary, die wir brauchen. Ich muss das nämlich gerade ein bisschen carryen, weil ich muss jetzt nebenbei Results eintragen. Wenn nicht, wenn auch gut gar nichts sagen, schüttere Order. Nein, sag nicht sowas. Sag, 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 dass Alex ein scheiß... Alex ist komplett geisteskrank. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß doch einmal, als er gegen Kahn gespielt hat, hat Kahn dann hinterher gesagt, er ist einfach so, alle drei Minuten ist er einfach kurz zu Dank geworden. Ist das wirklich so? Oh, was? Okay, das war... Baumwolle hat ja auch schon Sitten geschlagen. Ja, ja. Das ist auch schon geschehen. Und Baumwolle will, dann geht er auch. Wenn die Baumwolle will, dann wird sie weich. Aber als Veganer findet der Gat-Milk überhaupt gar nicht witzig. Nee. Und ich glaube, das ist ein bisschen Graschen der Spiel. Also, der wird auf jeden Fall den Namen zu Gat-Soy-Milk oder so ändern. Ja, ja, genau. Obwohl Mandelmilch hat schon viel nicer. Gat-Mandelmilch. 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 Baumwolle hat Sendung vor so einem halben Jahr oder so, also im Welt auch noch. Das ist eine Weile her. Baumwolle ist kracker Ficker. Das ist gar nicht so lange. Noch mal, da ist er mit einem der Wettbewerbsen. Nochmal? Baumwolle. Also, ich weiß nur einmal, Melda noch nicht. Nee, Sendung darf genau gerade nicht mitspielen. Sendung ist, glaube ich, der Einzelne ist, der der Erste. Ja, ja, Sendung ist viel zu sick, Alter. Er fängt halt, weißt du, Geldjunge ist ein absoluter heftiger Ab- und Kammer. Er dreidutelt ihn halt konstant immer. Das ist richtig heftig. Ja, aber ich glaube, er äh, er kautet sich auf die Styles und das sind, ich glaube, sehr lustig. Da sind wir wirklichen Stil gegen Geldjunge. Ja, aber. Super-wayly. Geldjunge fordert nach eben so. Das ist ja noch ein guter Stil. Ja, ja. Ist die Action völlig am Kopf? Ist das veganer Gratsch mit Baumwolle gegen Milch? Oh, shit. Äh, sag mal. Ja, Baumwolle sollte diese verdammte Milch einfach schlagen. Ja, ja, das spürt ja gerade gestrickt, glaube ich, ne? Ja. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Oh, headshot. Nicer Kill einfach. Einfach ein nicer Kill. Ja. Ja. Gott, ne? Oh, Gott, kill. Ja, ja, egal. Das ist ja auch noch so. Äh, 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 Maxi, ich wurde informiert, dass Katten-Milch einen Kalt hat. Vielleicht ist er Top-3-Greifsweiler ist. Ach so. Vielleicht ist er Top-3-Greifsweiler. Das ist eine sehr hart gekämpfte Position, sag ich mal. Gott-Milch. Gott-Milch. Und er ist auch ein knappes Set hier. Ja, ja. Boah, der gefühlt ja sogar. Ist, ist Berlin vielleicht doch in Scherm... ist Charlottenburg in Schermels? Schermelottenburg? Ja, gestört, Alter. Schermelottenburg. Aber Alex... Wir wissen doch alle, dass Alex das reißt. Oh, oh, oh. Haben sie doch alle verloren? Oh, das war fast... Ich hab das mal gespielt. Hast du die Milch eigentlich? Oh mein Gott. Ich weiß die Milch nicht. Ich weiß ganz genau... Oh mein Gott, Marius nimmt sich direkt in seinen Kinosessel hier. Ich weiß ganz genau... Ticking Milch? Ich weiß ganz genau, was denn Alex Kühlschrank ist und das ist... Keine Milch. Das ist keine Milch. Das ist Sojamilch. Oder Getreidemilch. Oder Reismilch. Möglicherweise, das ist Reismilch. Aber vielleicht ist Reis auch eine Art Getreide? Ähm... Tof! Tof! Was war das denn? Super Mutant Hunt Marcel ist auch da. Hund. Hund Marcel. Super Mutant Hund Marcel. Das ist der beste Name ever. Das ist auch so ein wichtiger Arcadian-Nabe. Warum ist er nicht hier? Super Mutant Hund Marcel, es reicht. Er ist langt! Boah, das sind die Kirschmanni-Erkard. Kirschmanni-Erkard! Kirschmanni-Erkard ist ein Berliner Wrestler, ne? Ja, ja. Was? Ja, ja. Du musst den Koko mit ihm mal anschauen. Das wäre genau dein Ding. Das wäre genau dein Ding. Das wäre... Okay, das ist... Äh... Mit Kohle oder wie? Achso. Mit Bier. Äh... Ist das 2-10-10-10-10? Ja, das Wurst? Ja... Das war... Àztekengeld, Alter. Das waren Arztekengeld. Wenn das so rund ist, dann ist das Portugals. Das waren Arztekens 20 Cent. J deck nach das ist halt wirklich Aztekengeld, gu Birmingham. Das ist wirklich Aztekengeld, guck dir das mal an, Alter. Ja, das ist Portugals. Aztekengeld, das ist Portugals. Das hat auch... A semantic. Na, mein Geld! Mein Arztekengeld! Mein Arztekengeld kriegt ihr nie! Samus Schelle! Samus Schelle wurde geklippt! Dicke Reisem, so ein urausverwitziger Mann! Wurde geklippt, Dicke! Oh! Er hat's geholt! Er hat's geholt! Samus Schelle! Das ist so witzig! Die Samus Schelle wurde gebandt! Wirklich? Geil! Geband? 1-0! Komm Alex, fick ihn jetzt! Oh, jetzt holt Alex! Jetzt holt Alex mit 6 Spiel raus! Er kann nämlich diese Raketen schalten! Wir wissen alle ganz genau... Wir wissen alle ganz genau, dass Soja mich sehr, sehr viel späteres Ablaufdatum hat! Ja, selbstverständlich! Das stimmt sowas von! Echte Milch läuft in der Woche ab! Soja-Milch hält sich für Monate! Okay, ne, 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 ne! Für Monate! Ja! Äh, geöffnet! Doch, und doch, die hält sich gut lange! Na, was? Mein Bein hält sich für dein Verlaufsystem! Also, da hast du schon mal schlechte getrunken! Nein, 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 das schmeckt man doch! Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich länger hält als so... nicht haltbare Milch! Aber wer kauft denn nicht haltbare Milch? Leute, die den Geschmack von Milch gut finden! Okay, deswegen kau ich wahrscheinlich immer nur Haarmilch, weil ich den Geschmack von Milchgrauen voll finde! Ja, siehste! Aber ich hab so unverschämt viel in meinem sowieso schon sehr dünnen Kaffee! Alles, was du halt mit Milch machst so, und was halt gut werden soll, machst du halt mit... Du trägst so Bärenmarke, Alter! Bärenmarke ist so toll! Bärenmarke ist so geil, Alter! Aber respektiert Alpro so, ja! Ist Alpro nicht auch die übertrieben ekelhafte Nachfrage? Ja, der ist gar nicht so! Nee, die sind von Nestle, glaub ich! Oh nein, nicht von Nestle! Das geht gar nicht! Da will ein Veganer die Welt retten mit seiner Essens... mit seiner Ernährung... Das ist, Digga, Veganer trinkt ja noch Pläne Soja! Oh! Der Dabo! Junge! Der Dabo! Es ist Snipe voller Acht! Digga, kennt ihr die Bärenmacht Schoko nicht? Digga, die ist gestört! Die ist gestört! Bruder, ich trinke nur immer gut! Digga, aber Leute, Leute, stopp! Ich trinke nur immer gut, Leute! Ihr wisst, ihr wisst Bescheid! Prova-Mehl-Mandel-Drink! Prova-Mehl? Ist das wie Schoko-Mehl? Prova-Mehl ist ehrlich gesagt sogar Shit hab ich! Mandel ist, glaubst ihr, Mandel ist viel zu viel Zucker! Malte, Mandel ist sick! Malte, Mandel ist sick! Malte, Mandel oder? Ne, wir trinken aber... Ne, aber wir hätten uns einfach aus Spaß, Digga, ne! Ne, 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 ne... Malte, ne, 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 ne! Es reicht! Es langt! Oh, wie viele Blätter noch? Wie so ein fickbarer Mann, Junge, es reicht! Ja, das war halt ein kranker Puh, ne! Oh, das war ein Dreistock! Das ist die mit Sam-Foy. Wo er einfach mal gefickt wurde gegen den Nordischen Ausländer und dann einfach zurückgefickt hat. Der Nordische Ausländer! Der Nordische Ausländer! Kann ich hier was? Was? Ja, das ist ein Glas Cola. Ja, ja! Dennis, kannst du ein Glas Cola haben? Die Lehrer sind da, ne? Boah! Klima! Ich hab zuerst alles gesagt! Das war's für ein Stream-Set-Arbeit! Unrecht! 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 50 Cent! 50 Cent! Hast du... Ich kann sogar wechseln gerade! Klassisch nicht! Fuck, mein Geld! Das war gerade die klirrte Mutual-Attraktion. Abzelt gegen Eftel! Noch eine Samus-Schelle! Ah, 100 Cent! Das war ein Klim-Däckchen! Klim-Däckchen! Schneide den Scheiß! So, ein Video schlägt! Sag mal, meint ihr jetzt, wo ich jemanden gegen ein angemessenes Entgelt etwas zu trinken gebracht habe, bin ich... Nicht schon wieder! Klass! Heftig! Aus diesem Set kann man ein Baumwoller-Acht-Kommo-Video machen! Aus jedem Set kann man ein Baumwoller-Acht-Kommo-Video machen! Da werden 15 Shardshorts getroffen mit zwei Shales machen! Digga, nice Shorts Alex! Ich wette, er würde noch diese lustige Sache machen, wo er Wall-Jump-Recovery macht von ganz unten! Ach, shit! Das war ich raus! Komm! Ach, du wirst seit fünf Sekunden gepostet! Nein, Digga! Fickst jetzt einfach im Amateur-Bracket! Links sollten wieder gehen! Ich hab's gerade gesagt, ey! Digga, pass mal jetzt! Pass mal jetzt! Uff! Okay? Pass mal auf, Atze! Pass mal auf, Atze! Kann jeder mal versuchen, links zu posten? Ja! Solltet nicht mehr gewandt werden! Amateur-Bracket wird gefickt, ey! Der Kass ist immer noch aufkreis, ne! Der Kass ist immer noch aufkreis! Irgendwann geht's, wenn er weiß, will er von uns gehen! Der Kass ist immer noch aufkreis, oder wenn er von uns gehen! Oder willst du? Nein, nein! Der Kass ist immer noch aufkreis! Ich hab'n hier noch nicht rausgedacht! Der Kass will nicht von uns gehen! Oder wird von uns gehen! Hätten wir jetzt das Nintendo-Spotarship, wenn er einen gratis... Was passiert? Das ist original, das wäre das Gleiche. Da würde ich jetzt hier so diese Locker-Room-Ansprache geben mit dem Sportfilm. Nach der ersten Halbzeit. In den letzten 10 Minuten vom Film. Noch einen Samus-Chandle! So, 10 Minuten würde ich sagen. Na, keine Ahnung. Ich glaube, wir verlieren das Spiel. Äh, gleich. Umhalten. So, willst du noch was zu essen holen? Das sind 6 Minuten. Ja, ich esse nicht. Äh, 4 Meter. Pools hat tatsächlich sehr viel länger gedauert, als ich erwartet hätte. Konadi ist meine Künfte in Samples. Ja, ich bin ein schick Theo. Konadi Pools wieder neben dem zu geben. Oh! Alles mit dem... Mann, ihr Milch gewinnt! Bianco! Bianco!